Das ist ja eine Überraschung. Schön habt ihr's hier. Sag mal, wo finde ich denn euer Bart? Gang runter, zweite Tür links. Danke. Tja, ich muss dann auch mal. Oh, ist das gut. Gutes, bezahlbares Wasser für alle. Nein, zur Liberalisierung der Trinkwasserversorgung. Mensch, sag doch was. Ihr seid natürlich eingeladen.